moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge unruly heroes für den nintendo switch und ja wo war letztes mal stehen geblieben genau wir haben nämlich gegen die weiße frau die weiße dame gekämpft und werden es diesmal versuchen bei der überfahrt was neu ist also ein neues gebiet ich bin gespannt ich hoffe ich auch mir geht mal direkt rein die überfahrt also richtig nutzen macht man das hier nicht mit diesen musik machen hier weil es einfach zu doll hakt ich weiß nicht klingt alles nicht so cool oder das kleine äffchen damit ist geil erinnere mich ein bisschen an die an diesen du erzähl äffchen von früher aus der werbung wenn ihr auch kennt der batterie durchgedreht beim klatschen so ich bin gespannt oder ist sie wieder göttin meine güte helden okay Okay. Jetzt, um die Gäste zu Hong-Ha-Tempel zu finden. Huh? Direktionen? Ich bin die Goddess der Merse, nicht die Matte-Making. Keine Angst. Ich habe für einen ... Guide? Sorten. Du kannst es sehen. Nicht die selbst. Was ist das Wurste, was passieren kann? Kann man da runter oder soll man hier hoch? Ich weiß nicht, wir können ja auch da runter, wenn wir testen, ob man da runter kann. Kann man auch da längst, okay? Guck mal, da kann man auch hoch, warte mal. Ach, man kann direkt durch. Ach du Scheiße. Ich habe mir das Ding einfach platt gemacht. Ja, okay. Nicht so schlimm. Wir warten, bis die Blase da ist und holen uns ein kleines Äffchen zurück. So. Wir spielen mit Imi weiter. Wuuuuh. Nimm mir längs. Nimm mir längs. Ah, okay. Ein bisschen schwierig, da hochzukommen. Na gut. Okay. Da geht es hoch. Sollen wir nochmal hoch springen? Ah, guck mal. Hier muss ich sogar hoch. Hier ist das Schweinchen. So. Guck mal, ob wir uns da hochsegeln können. Nicht gestochen werden. Ach guck mal. Zack. Okay. Oh, da ist es schwer. Äh. Okay. Okay. Aber dem Weg müssen wir jetzt nicht weiter gehen. Wahrscheinlich eher weiter hier längs. Eieieiei. Eieiei. Da sind Crocodiles. Was? Ist er da oben denn? Oh. Okay. Statt für Wölfe gibt es Echsen. Oh, das ist fett der Kroko. Hm, noch mehr möchte ich gerne halten. Na gut, legen wir los. Okay. Na gut. Okay. Geld haben wir nicht. Das ist so, oder? Oh. Oh. Mann, Mann, Mann. Was kriegen wir das Boot noch? Oh. Oh. Eieiei. Ein Piranha ist drin. Okay. Nächsten. Ah, jetzt. Okay. Gut, gut. Mal passen hier. Okay. Das Ding schwimmt bei. Das heißt, wir können hier versuchen so schnell wie möglich. Oh, ne. Da gut. Achtung. Da geht es nicht weiter. Da brauchen wir den. Ah, da brauchen wir das Schweintchen für. Äh, den Zoomer Mann hier wollte ich gerade sagen. Los runter. Da. Du auch. Du. 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 Oh, Gott. Oh. Glück im Glon. glück klein ist dieses frettchen der balken geschenkt fest so wir müssen auf jeden fall erst mal so wie kann man am besten klar von der bewegung her und nein was mache ich denn da ist ja eine dumme geschichte okay das blästchen mal wieder was kann man denn da machen die blase hier hoch zu mir ich glaube wir müssen da hoch erstmal schweben ok sorge dir einen voll auf dem sack da ist der schalter da drüben ein langsamer qualvoller tod da kommt nicht so hoch aber da komme ich so hoch jetzt kommt der blöde balken mit ach mal hätte er trotzdem irgendwie noch so kommen wir runter so ist er denn die müssen wir schon noch bekämpfen ja 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 bayern ab hier gut müssen wir doch nicht bekämpfen aber der topsch noch mal auf ziemlich sicher Oh ja. Lass. Er ist noch der da? Je levis. So. Ah, komm mal da oben. Ah, komm mal da oben. Ah, komm halt, komm mal da oben. Oh oh. Oh oh. Hey. Ich seht euch. Kann ich nicht. Das ist doch verrückt. Ich muss doch irgendwie ein paar mehr moves bekommen. Okay. Oh. Der kleiner Backen. Okay. Oh jetzt gibt es noch einen Rutschspartier. Wer ist denn dahinter? Das ist ein riesen Viech. Und da und da. Da ist ein fetter Frosch. Oh der hat mich gewischt. Aber wir können ihn speichern. Schon mal gut. Hut ab zum Affen. Oh. Wie soll es denn? Wie soll man denn dann noch? Ich kann euch da noch rüber kommen. Ach so. Der Balken muss da hin. Stimmt. Nein. Das war dumm. Oh. Klappt noch. Gut. Wollen wir den Balken hin? Okay. Noch einer? Ne. Das war's. Ach der ist jetzt hier. Okay. So weiter geht es auf unser. Unser kleinen Pfad. Oh der ist schon wieder ein riesen Viech. Der wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen Ärger machen. Ja. Na komm ich nicht ran. Okay. Dann machen wir das hier. Das Rad kaputt machen. Nein. Oh shit. Ja okay. Man muss sich noch schneller kaputt machen. Bevor das Boot da ankommt. Weil sonst klappt das natürlich nicht. Wir holen ihn zurück hier. Ach. So. Nein. Oh. Das ist nicht mal ernst. Lägt er echt runter? Wie war das denn gerade? Mann, Mann, Mann. So scheiße. Okay. Warte hoch. Tschau. Ah. Oh. So. Wer kaputt macht. Oh. Nein. Ich hätte rüber müssen. Oh Mann. Das gibt es doch gar nicht. Kaputt machen und wieder rüber springen. Okay. Noch einmal das ganze. Dann ist er schon. Wenn ihm hier nochmal. Ach. Blöde. Oh. Pfff. Mal losgehen. Blöde Vieh schon wieder. Bäh. Ah. So. Vielleicht. Oh. Haha. Ah. So. So. Dann lebt man ja raus. Ist ein Fehler am letzten Mal. Oh. 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 Ah. Und hier oft. Oh. Ah. Halter. Das haltert hier ganz gut? Oh. ein schönes ständigen jahre das klingt auch so und jetzt nein was mache ich da wollte ich nicht hin so kack so auch speichern sehr gut ja ja nicht leichter ich weiß wer ihr seid was ihr hier wollt dass ich aufgeben dann habt ihr euch getäuscht ein selbsterkannter rücksicht ich muss ja ausweichern so Oh, oh, was war denn da? Was ist das für mich so? Oh nein. Nein. Richtig um. Wollen wir denn aufpassen? Oh schnell weg, schnell weg! Ah, ich bin tot, ok, ne 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 ne. Oh, weg! Oh, naja! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! oh gleicher die röden seite über die hunde noch schweinchen mir noch der haut aber auch ganz rein mit seinem schlägen im letzten moment im letzten moment level abgeschlossen ja mal wieder super perfekter abschluss würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es beim nächsten mal wieder bis dann tschüss auf rees ok hier .